Was gibt's Schöneres, als im Frühling draußen zu sein? Richtig, nichts. Und deswegen nehmen wir euch jetzt mit nach draußen zu den Wundern der Natur. Kommt mit! Wow, du stinkst aber nach Knoblauch. Hast wohl gestern ordentlich was gegessen. Ach nee, du bist ja die Knoblauchsrauke. Okay, ja dann ist alles okay. Hier haben wir die Knoblauchsrauke. Im letzten Video wollten wir ja von euch wissen, was es ist. Ja, das ist es eben. Die Knoblauchsrauke, die findet man gerade an ganz vielen Orten, gerne an Wegesrändern, in Wäldern. Und da blüht sie jetzt auch. Aber um jetzt mal mit dem Gestank das alles ein bisschen zu relativieren. Also die duftet einfach nach schönem Knoblauch, die Pflanze. Aber gar nicht überall. Wenn man mal ganz vorsichtig an diese kleinen weißen Blüten rangeht und daran ein bisschen riecht, wird man merken, die riechen gar nicht nach Knoblauch, sondern süßlich, blumig, honigartig. Da gibt es Unterschiede, die sind sehr intensiv ausgeprägt. Man kann diese Pflanze in der Küche gut verwenden. Zum Beispiel die Blätter klein hacken und in Brotaufstriche tun oder in Salate. Wichtig ist es dabei, sie roh zu verarbeiten, weil wenn man sie jetzt erhitzt, gehen die Geschmacksstoffe so ein bisschen verloren. Ja, da sind so Senfölglucoside und sowas alles drin. Und die schmeckt eben einfach recht lauchig, Knoblauchartig. Wurde auch schon seit sehr, sehr langer Zeit gemacht in der Menschheitsgeschichte. Ja, es ist die Pflanze, wo es bisher nachgewiesen worden ist zumindest, die am längsten verwendet worden ist als Wirtspflanze hier so in Europa. Nämlich schon seit mindestens 6000 Jahren. Da gibt es Ausgrabungen, die das bestätigen. Die Knoblauchstrauke kann man jetzt wunderbar sammeln. So viel steht fest. Eine Sache kann man auch sich schon mal so ein bisschen merken, da wo man die jetzt so toll und prächtig sieht, wird man wahrscheinlich im Herbst keine Pilze finden. Zumindest keine Mykorrhiza-Pilze. Denn die Pflanze zeigt uns ja auch an, dass es da, wo sie wächst, sehr viele Nährstoffe im Boden gibt. Und das ist wiederum ein schlechtes Zeichen, wenn man Pfifferlinge finden will, Steinpilze finden will, solche Sachen. Also für sowas sind diese Standorte nicht gut geeignet. Aber um jetzt natürlich dort zu sammeln, sind sie sehr gut geeignet. Kommen wir zum Sponsor vom heutigen Video. Das ist die Anker 521 Portable Power Station. Mit dieser Power Station habt ihr immer jede Menge Energie mit dabei, um eure elektronischen Geräte aufzuladen. Nämlich sage und schreibe 256 Wh. Anker stellt die langlebigsten Power Stations am Markt her. Die Batterien in diesem Gerät hier lassen sich 3000 mal verwenden und haben dann immer noch 80% Kapazität. Das ist sechsmal so viel wie bei anderen portablen Power Stations. Außerdem kann sich das Gerät auch echt schnell aufladen lassen, nämlich schon zu 80% in nur anderthalb Stunden. An diese Power Station lassen sich viele elektrische Geräte anschließen. Es gibt einen Zigarettenanzünderanschluss, einen USB-C Anschluss, zwei normale USB-Anschlüsse und einen normalen Steckeranschluss. Gerade jetzt in den wärmeren Jahreszeiten sind wir auch gerne mal ein paar Tage am Stück unterwegs. Und da ist es für uns super praktisch ein Gerät dabei zu haben, mit dem wir unsere Kamera aufladen können, unsere Smartphones aufladen können und auch vielleicht sogar mit dem Laptop ein bisschen arbeiten können. Genauso kann man natürlich auch jetzt ganz wunderbar mit dem Gerät einfach mal das Homeoffice nach draußen in die Natur verlegen. Und man ist auch mal gewappnet, falls der Strom ausfällt. Ist bei uns letztens auch mal passiert und dann ist es gut, ein bisschen Reserve zu haben. Die Power Station hat einen gut lesbaren Display, der über den aktuellen Ladestand informiert. Außerdem gibt es auch noch eine Lampe und einen optionalen Power Saving Mode, der dann aufhört, die Geräte aufzuladen, wenn sie voll sind. Anker gilt als die weltweite Nummer eins, wenn es ums mobile Laden geht. Sie haben schon über zehn Jahre Erfahrung und schon über 200 Millionen Produkte in über 146 Ländern verkauft. Für weitere Informationen schaut einfach in die Videobeschreibung. Diese Pflanze hier hat es nicht so mit Karmapunkte sammeln, denn es ist nicht der Bärenschenk, sondern der Bärenklau. Und um genauer zu sein, ist es der Wiesenbärenklau. Eine Wildpflanze, die wir sehr sehr gerne sammeln und wirklich sehr mögen. Eine unserer allerliebsten. Aber es sei schon mal dazu gesagt, die ist jetzt, wenn man mit dem Wildkräuter sammeln anfängt, vielleicht noch nicht so geeignet. Denn der Wiesenbärenklau gehört zu den Doldenblütlern und da gibt es einige tödlich giftige in der gleichen Family. Zum Beispiel der gefleckte Schierling, die Hunspetersilie, Wasserschierling und und und. Und auch einige andere unschöne Sachen. Zum Beispiel auch den Riesenbärenklau. Das hier ist ja der Wiesenbärenklau, aber es gibt auch den Riesenbärenklau, der jetzt nicht so wie dieses Pflänzchen hier mal einen Meter oder mal anderthalb Meter groß wird, sondern eher so drei Meter oder sowas. An dem man sich richtig schöne Verbrennungen zulegen kann. Also das Ganze ist gefährlich. Da muss man sich gut auskennen und so rein steigern langsam. Wenn man ein bisschen Erfahrung hat, dann kann man sich da vielleicht schon eher an diese Pflanze rantasten. Wir finden den vor allen Dingen auf Wiesen. Sagt uns der Name schon. Die dürfen gerne ein bisschen nährstoffreicher sein. Durchaus auch ein bisschen feuchter manchmal. Und jetzt ist gerade so eine Zeit, wir haben jetzt hier so einen Standort gefunden. Hier gibt es jetzt so Blattrosetten, dann gibt es hier so Pflanzen, da gibt es schon so Knospen und sogar schon welche jetzt hier in voller Blüte. Also hier gibt es alle Stadien. Und da dachten wir, da zeigen wir euch die nochmal. Also was ja schon mal sehr auffällt, die ganze Pflanze ist ziemlich behaart. Alles in allem, gerade an den Stängeln haben wir eine sehr auffällige Behaarung. Die sehen fast so ein bisschen so silbern aus. Jetzt hier so im Sonnenlicht und glänzen so richtig. Dann haben wir Blätter. Die sind einfach gefiedert und die sind so ein bisschen fiederspaltig auch. Die Blätter rundherum und am Rand sind sie auch so ein bisschen gesägt. Die sollte man sich halt sehr gut anschauen und eben auch mit vielen anderen Däumenblütlern vergleichen. Was wir jetzt hier nicht machen können, weil das würde den Rahmen sprengen und wir haben die jetzt auch gar nicht alle hier. Wir haben jetzt hier keinen gefleckten Schierling oder sowas. Muss man dann auf jeden Fall mit Büchern oder sowas gut machen und sehr genau dabei sein. Dann haben wir so einen richtig großen Stängel, der so mittig ist und der ist so rinnig, kantig. Also der ist kantig, wir haben da so Rinnen und der ist eben auch wie gesagt sehr behaart. Die Blätter gehen ja von diesem Stängel auch so ab und da sehen wir hier schon wie so Häutchen überall so sehr große. Das sind die Blattscheiden und die sind auch sehr ausgeprägt und sehr auffällig ausgeprägt bei dieser Pflanze. Auch ein ganz wichtiges Merkmal. Oben haben wir dann die Blüten. Da sagt man, die sind doppeldeutig. Das heißt also, wir haben halt so diesen Stängel und der splittet sich dann auf in so lauter kleine Zweige und an denen sitzen eben nicht direkt die Blüten, sondern diese kleinen Zweige, die splitten sich dann nochmal in so ganz kurze winzige Mini-Zweige auf und da sitzt dann jeweils überall so eine Blüte obendrauf. Aber das mit der Doppeldeutigkeit haben wir auch bei ganz vielen anderen Dolgenblütlern. Also ist nicht so einfach, die Pflanze erstmal so auseinander zu bestimmen. Da muss man wirklich Schritt für Schritt mit guter Literatur vorgehen. Aber dann, wenn man da sich sicher ist, hat man eine super Geschichte. Also man kann davon alles verwenden. Die Blätter sind super gut im Salat oder auch zum Entsaften oder so. Man hat bei der Pflanze teilweise auch große Mengen in kürzester Zeit zusammen. Auch gerade wenn die in großen Beständen wächst und sowas. Was schon mal ein großer Vorteil ist. Man kann auch die Stiele nehmen und daraus Sachen machen. Auch die Stiele mit den Knospen dran zum Beispiel. Da kann man vielleicht auch so ein bisschen dünsten oder sowas. Die Blüten kann man essen. Später im Jahr dann die Samen. Also wirklich alles. Und da drin sind viele Vitamine. Vitamin C, viele Mineralstoffe sind drin. Also auch eine richtig gesunde Angelegenheit. Eine Sache sollte man auch noch beachten beim Sammeln. Ihr kennt ja vielleicht auch unser etwas älteres Porträt noch zu der Pflanze. Da fassen wir die immer nur mit Taschentüchern an. Weil das ist eigentlich so der Tipp, wenn man da jetzt so das beginnt. Denn da sind Furukumarine drin, so ein bisschen jedenfalls. Und die können dann in Reaktion mit dem Sonnenlicht so ein bisschen für Ausschlag auf der Haut sorgen. Können aber müssen nicht. Also wir haben für uns jetzt über die Jahre festgestellt, okay, es macht uns überhaupt nichts, wenn wir die Pflanze einfach mit der Haut anfassen. Selbst wenn wir in der Sonne danach sind, passiert uns nichts. Aber das heißt natürlich nicht, dass es bei euch genauso sein muss. Das heißt, da kann man auch vorsichtig ruhig sein. Und man muss die beim Sammeln, gerade bei so viel Sonnenlicht, vielleicht auch nicht unbedingt immer direkt so anfassen, wenn man es noch nicht genau weiß. Traditionell wurde mit der Pflanze einiges gemacht. Also es ist ganz spannend. Gerade in Osteuropa, da gibt es ja so dieses Gericht Borscht. Da kamen die ursprünglich rein. Diese Pflanze war so ein ursprünglicher Bestandteil von dieser ganz berühmten Suppe. Ist jetzt halt mittlerweile weg. So ein bisschen in Vergessenheit geraten. Wird vielleicht teilweise durch Stangensellerie oder sowas ersetzt in den Rezepten. Aber ursprünglich war da Wiesenbärenklau drin. Und auch gerade in Osteuropa wurde der viel auch fermentiert tatsächlich. Also das war auch so eine ganz traditionelle Sache. Sowohl die Blätter als auch die Stängel. Die sind ja richtig schön fest. Also die kann man wunderbar fermentieren. Und das sind also auch so Sachen, die da gerade viel gemacht worden sind. Und auch medizinisch spielt sich auch ganz vieles in Osteuropa ab. Da wurde der Wiesenbärenklau verwendet als Aphrodisiacum. Gerade die Wurzeln und auch so bei gynäkologischen Erkrankungen, bei Impotenz und solchen Sachen. Also gerade da wurde die Wurzel viel verwendet. Ist aber davon wissenschaftlich nichts nachgewiesen bisher. Aber das hat man halt so historisch mit der Pflanze gemacht. Und für Insekten ist es auch noch ein Traum. Also ja, das sei auch mal dazu gesagt, für ganz viele Schmetterlinge sind die, so für die Schmetterlingsraupen und so, die gehen an die Blätter und futtern da. Die Blüten sind für unfassbar viele Insekten was ganz tolles mit schön viel Nektar und Futter. Also wirklich auch für Insekten ein richtiger Traum die Pflanze. Die Zeit der Orchidee rückt näher und hier haben wir jetzt die ersten gefunden für dieses Jahr. Zumindest die ersten für uns. Das hier ist das Kuckucksknabenkraut. Ja, es gibt auch noch viele, viele andere Namen. Sowas wie stattliches Knabenkraut, männliches Knabenkraut. Eine ganze Menge. Das ist noch eine relativ häufige Art. Zumindest in vielen Bundesländern im Vergleich zu vielen anderen Orchideen ist diese Art noch recht häufig. Das liegt insbesondere daran, dass sie so ein bisschen im Vergleich zu anderen Orchideen flexibel ist, was so den Boden-pH-Wert angeht. Die kann sowohl auf basischem Boden als auch auf ein bisschen weniger basischem Boden wachsen und hat dadurch eben so ein bisschen mehr Überlebenschancen. Aber klar, bedroht ist sie in gewisser Weise schon auch. Auch da sind die Bestände jetzt nicht so super intakt überall. Denn wie bei allen Orchideen haben wir da insbesondere die intensive Landwirtschaft, die halt zur Vernichtung vieler Orchideen sorgt. Das liegt eben an Überdüngung, an Monokulturen, an Pestiziden etc. etc. Was ja gar nicht so sein müsste. Denn früher war es ja eigentlich mal so, dass die Landwirtschaft oft das Vorkommen von Orchideen gefördert hat. Dass man eben so magere Wiesen hatte, die dann vielleicht einmal im Jahr nur abgemäht worden sind, um irgendwie die Tiere dann damit zu füttern oder sowas. Und an solchen Standorten, da sind die dann immer gekommen, die Orchideen. Das ist jetzt hier also so dieses Kuckucksknabenkraut, eine relativ kleine Orchidee. Man sieht so, die gehen vielleicht so 10-20 cm hoch hier, die Stängel. Und wir haben oben, wie wir so ganz typisch bei vielen Knabenkräutern haben, eben so richtig schön farbenintensive Blütenstände, die auf der Unterlippe auch so ein paar Pünktchen haben noch. Das hält sich alles in so einem rosa bis lila. Und dann haben wir so längliche Blätter unten, lansettlich, eiförmig, die ja meist eigentlich nicht gesprenkelt sind. Also hier in dem Fall jedenfalls nicht. Unter der Erde spielt sich da natürlich noch mal ganz viel ab bei denen. Denn da gibt es zwei riesige Wurzelknollen, die ja früher auch, als es noch mehr Orchideen gab, geerntet worden sind. Sollte man heute auf gar keinen Fall mehr machen, denn damit trägt man nur noch mehr zur Ausrottung von Orchideen bei. Und ja, da ist sehr viel Stärke drin und so was und Schleimstoffe und so. Und da wurde eben Saleb draus gemacht, womit dann Süßspeisen und Getränke zubereitet worden sind. Aber wenn man jetzt irgendwie eine Form von Stärke braucht, gibt es ja auch viele Alternativen. Und ansonsten waren diese dicken Wurzelknollen eben auch beliebt so als Aphrodisiakum. Ja, da wurde nie irgendwas drin nachgewiesen, was das unbedingt dazu auslöst. Aber das war eben die Signaturenlehre, denn die zwei Wurzelknollen erinnern so ein bisschen an den Hoden von der Form her. Und deswegen dachte man, hilft es als Aphrodisiakum. Da gab es dann auch noch ganz spezielle Aussagen. In der Richtung zum Beispiel ist es meist so, dass eine Wurzelknolle ein bisschen größer ist als die andere. Dann hieß es ja, wenn man die große ist, dann wird man sozusagen ganz viel sexuelle Lust bekommen. Und das ist dann so ein Aphrodisiakum. Wenn man die kleine ist, wird man eher impotent. Und dann gab es auch so Aussagen wie, wenn Männer die große essen und dann eben ein Kind zeugen, dann wird es ein Mann. Und wenn Frauen wiederum die kleine Knolle essen und ein Kind zeugen, dann wird das Kind eine Frau. Da gab es die verrücktesten Dinge und das hatte eben alles so mit dieser Signaturenlehre zu tun. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und auch für Insekten in gewisser Weise durchaus eine beliebte Adresse. Dabei gibt es da gar nichts zu holen. Also da ist gar nicht jetzt so der tolle Nektar oder sowas. Aber die haben so einen ganz leichten Duft, der für Insekten dann doch schon mal erst mal relativ interessant zu sein scheint. Wo sie sich denken, da gibt es auf jeden Fall was zu holen. Ist dann halt eine Falle. Da gibt es halt gar nichts. Aber, da gibt es ja dann so ein bisschen die Intelligentes auch noch bei den Insekten. Das heißt, die können ja dann eigentlich lernen so, naja, wenn jetzt die Pflanze so und so duftet, das ist ja wieder die, die mich reinlegen will. Aber da hat sich dieses Knabenkraut wieder noch was Schlaues ausgedacht. Denn innerhalb der gleichen Art können die Individuen unterschiedlich duften. Also das gibt es jetzt auch nicht so oft. Oft riechen ja schon die Individuen meist von einer Art gleich. Bei dem ist es anscheinend nicht so. Da kann also die, die und die, die drei können vielleicht alle so ein bisschen unterschiedlich duften. Sodass die Insekten eben nicht so leicht sich einfach schnell lernen so, ja die ganze Art ist für mich gestrichen. Da gibt es eh nichts. Sondern ja probiere ich mal vielleicht die, wenn es in der nichts gab. Also sind auf jeden Fall auch kleine Trolle diese Knabenkräuter. Bärenklau, Bärlauch, Bärwurz. Ja, im Frühling steppt der Bär und hier haben wir jetzt noch so eine typische Pflanze, die man jetzt so langsam finden kann mit dem Wort Bär im Namen. Das war also wirklich mal sehr beliebt und man weiß es oft gar nicht so mit hundertprozentiger Sicherheit, warum Pflanzen so oft den Bären im Namen tragen. Ja vielleicht dachte man irgendwie diese Pflanzen verleihen so viel Kraft wie ein Bär oder sowas. Wer weiß. Hier haben wir die Bärwurz. Die findet man jetzt bei weitem nicht so häufig wie Bärlauch oder Bärenklau. Wesentlich seltener. Denn das ist so eine typische Gebirgspflanze eigentlich. Ja also die finden wir so im Mittelgebirge ganz gerne. So circa ab 400 Höhenmetern und dann bis, ja, weit über 1000. Da fühlt sich die Bärwurz sehr wohl. Das ist ja eine Pflanze, die kennt man ja vielleicht auch so vom Schnaps zum Beispiel. Bärwurz Schnaps ist ja was ganz berühmtes und auch so ein wunderbares Beispiel der deutschen Sprache. Denn das hier ist die Bärwurz und der Schnaps ist der Bärwurz. Also ja, so kann es gehen. Und die wächst jetzt hier eben gerne so auf Wiesen in den Bergen. So und eigentlich war das auch mal eine recht häufige Pflanze in den Bergen. Ja zumindest wenn der Boden sauer ist. Denn sie mag auf jeden Fall nur saure Böden gerne. Aber selbst in den Bergen wird sie doch immer seltener. Denn was sie braucht sind auch magere Böden. Und leider ist Überdüngung nicht nur im flachen Land ein Problem, sondern durchaus auch in den Bergen passiert ist. Deswegen wird sie dort auch zum Teil seltener. Aber nicht ganz überall. Also hier sind wir jetzt zum Beispiel auf einer schönen Wiese. Hier wächst sie fast bodendeckend auf einigen Hektar. Also wirklich richtig schön sowas zu sehen. Ja und die Bärwurz war in der Geschichte eine sehr beliebte Heilpflanze und auch Speisepflanze. Sie wurde eingesetzt gerade so bei Magen-Darm-Beschwerden. So um die Verdauung anzuregen und solche Sachen. Aber teilweise auch bei Erkältungen und teilweise galt sie so auch als förderlich für die Leber- und Nierengesundheit. Also in der Geschichte hat man sehr viel mit der Bärwurz gemacht. Es ist ja auch eine sehr intensiv schmeckende Pflanze. Also erinnert geschmacklich so ein bisschen an Anis und Kümmel und Fenchel und Sellerie und so alles mögliche. Ja so Gemüsebrühe irgendwie. Also ist wirklich richtig richtig würzig. Und sie wurde in der traditionellen Küche auch wesentlich mehr eingesetzt eigentlich als heutzutage. Ja damals vielleicht auch noch mehr angebaut und so. Und da zum Beispiel verwendet für Salate, für Gemüsegerichte und für Fischgerichte. Ja außerdem wurde das auch gerne Kühen gegeben als Futter, weil es angeblich den Geschmack von der Milch beeinflussen kann, wenn die das viel essen. Ganz spannend auf jeden Fall, was damit alles so gemacht worden ist. Aber wie gesagt wird leider immer seltener durch Überdüngung vor allen Dingen. Ist halt echt ein Problem. An der Bärwurz findet man auch des öfteren mal verschiedene Raupen. Die futtern das sehr gerne. Also da kann man einiges entdecken. Unter anderem kann man auch die Raupen vom Schwalbenschwanz finden. Ein recht selten gewordener Schmetterling. Also auch auf deren Speisekarte steht die Bärwurz. Ja man sollte jetzt bei der Bestimmung sehr gut aufpassen. Die Bärwurz ist ein Doldenblütler und wirklich nicht sehr leicht bestimmbar. Es sieht halt so irgendwie so aus, ein bisschen wie Dill oder sowas. Aber es gibt ja sehr viele tödlich giftige Doldenblütler auch. Und gerade jetzt zu dieser Jahreszeit, wo hier noch keine Blüte zu sehen ist und wirklich nur so ein paar kleine Blätter aus der Erde kommen, da ist auf jeden Fall allergrößte Vorsicht geboten. Die Blätter sind so drei bis vierfach gefiedert und die einzelnen Blätter sind wirklich so dünn wie Haare. Aber ja, das kann man am besten bestimmen, die Pflanze, wenn man dann mal wartet bis sie blüht und dann mit Hilfe der Blüte und den ganzen anderen Merkmalen, die man dann noch hat, viel mehr Merkmale, sich die dann mal in Ruhe anschaut und dann kennt man auch die Blätter und den Duft. Auch auf den Bergwiesen zu finden die echte Schlüsselblume. Hier wächst sie überall gerade und blüht wunderschön in Gelb. Auch das ist eine Pflanze, die mag eher so magere Wiesen, die sollten eben auch nicht überdüngt sein. Tendenziell eher so vom pH-Wert so ein bisschen mehr ins Neutrale auch gehen durchaus. Die blüht je nach Region unterschiedlich früh. In manchen Regionen und Höhenlagen geht es schon so im Februar los, teilweise dann im März oder April, Mai. Auch die Schlüsselblume ist so eine Pflanze, die früher sehr sehr viel verwendet worden ist, als es sie eben auch noch viel häufiger gab. Denn gerade die Knollen, die hat nämlich so richtig große Wurzelknollen, die stecken voller Saponine. Und diese Saponine regen so die Bronchialschleimhäute dazu an, Schleim zu produzieren und haben eben sehr positiven Effekt bei bestimmten Hustenarten. Und deswegen hat man das also sehr sehr viel verwendet, vor allen Dingen bei Husten. Die Saponine können aber gleichzeitig auch ein bisschen den Magen reizen. Also hat eben auch vieles so ein Für und Wider. Das hat man also mit den Knollen gemacht und sonst hat man auch viel die Blüten verwendet. Zum Beispiel für Essig oder um Wein zu aromatisieren. Man hat die Blätter auch verwendet als Gemüse oder sowas. Also durchaus einige Sachen damit gemacht, aber sollte man alles nicht mehr machen. Gerade in Deutschland ist es nämlich auch komplett verboten, die Pflanze zu sammeln. Es sei denn, man baut sie selber an. Das ist natürlich eine gute Sache, denn da freuen sich dann auch wieder viele Insekten drüber. Denn auch viele Insektenarten, auch bedrohte Arten brauchen die Schlüsselblume. Apropos Insekten. Ihr wünscht euch ja auch öfter mal, dass wir auch sagen, was in den Zwischensequenzen, die Vanessa gefilmt hat, zu sehen ist. Was es für Insektenarten sind oder für Vogelarten. Ehrlich gesagt wissen wir das auch nicht immer. Bei vielen wissen wir es, aber bei manchen eben auch nicht. Und die sind auch meistens zu kurz, dass wir da Kapitel erstellen könnten, wie wir das jetzt sonst machen bei den Pflanzen und Pilzen. Aber ihr könnt natürlich gerne die Arten bestimmen und in den Kommentaren mit so einem Timestamp einfach mal markieren und sagen, was es ist. Also da freuen wir uns natürlich auch drüber. Denn bei manchen rätseln wir auch oft ewig rum, was ist denn das jetzt für ein Käfer. Und suchen uns dann einen ab. Aber wenn ihr das dann vielleicht eh manchmal wisst, umso besser. Aber ja, zurück zur Schlüsselblume. Also eine super insektenfreundliche Pflanze haben wir da auch. Die ist auch mythologisch recht aufgeladen. Also galt immer so ein bisschen als Ort, wo Elfen und Nixen sind. Und hat wahrscheinlich irgendwie bei den Germanen eine große Rolle gespielt, bei den Kelten. Und auch später dann galt sie so ein bisschen als Himmelsschlüssel. Also Schlüsselblume wurde auch teilweise Himmelsschlüssel genannt oder so Himmelsöffner. Also es hieß halt so ein bisschen, das kann den Himmel öffnen. Und die Pflanze hilft auch so ein bisschen gegen Melancholie und Verstimmung und macht es ein bisschen fröhlicher und so. Ja, vielleicht ist es auch einfach der Zeitpunkt, zu dem die Pflanze blüht, der fröhlich macht. Der Frühling ist einfach eine super Jahreszeit. Und wenn man dann so schöne Blüten sieht, dann kann man ja kaum noch unglücklich sein. Also es ist ja wirklich was herrliches. Wenn ihr einen Garten habt, auf jeden Fall Schlüsselblumen anpflanzen, ist eine super Sache. Dann könnt ihr vielleicht auch mal probieren und euch auch mal einen Tee aromatisieren oder sowas. Ansonsten einfach nur daran erfreuen. Hier im Hintergrund kann man sehen, hier ist die Wiese so ein bisschen feucht an der einen Stelle. Und das äußert sich dann natürlich auch in einem ganz anderen Bewuchs gleich. Ja, an anderen Stellen ist es ja hier viel trockener. Und hier haben wir jetzt was richtig, richtig Besonderes gefunden, nämlich das Waldläusekraut. Das blüht jetzt hier schon in so einem schönen Rosa. Die Blüten sehen so ein bisschen aus wie so klassische Lippenblütlerblüten. Ja, es gehört auch zur Ordnung der Lippenblütlerartigen. Aber die Gattung ist in dem Fall Sommerwurzgewächse. Und die Sommerwurzeln, da konnten wir euch ja in den vergangenen Jahren auch schon mal was zeigen in der Richtung. Das sind ja so Arten, die sind ja sehr sehr spannend, denn die sind ja oft so halb schmarotzer, halb parasitär. Das heißt also ja, sie machen schon auch so ein bisschen eigene Photosynthese und solche Sachen. Aber mit ihren Wurzeln gehen sie auch an andere Pflanzen aus der Nachbarschaft und saugen sich da so ein bisschen Nährstoffe raus und all sowas, was sie so gebrauchen können. Also eben halb schmarotzer. Ja, was richtig schön ist, auf jeden Fall sehr selten in vielen Bundesländern auch vom Aussterben bedroht und so. Ja, warum ist das so? Müsste jetzt auch nicht unbedingt zu sein. Ist vor allen Dingen so, weil man eben viele feuchte Standorte, also Feuchtwiesen und auch Moore trockengelegt hat. Kann man natürlich alles irgendwie versuchen wieder rückgängig zu machen durch Wiedervernässungen. Ist ja eh extrem wichtig, das zu tun. Da sieht man halt gleich, was das für eine Arten-Explosion mit sich bringt, wenn es so was einfach mal gibt. Eine feuchte Wiese, wo die nicht jetzt so übertrieben genutzt wird unbedingt. Warum heißt das Läusekraut eigentlich? Läusekraut ist ja schon ein sehr spezieller Name. Also da gibt es ein paar Erklärungsversuche. Die Pflanze enthält wohl sehr sehr viel Aukobin. Das kennt man ja zum Beispiel aus dem Spitzwegerich. Das ist also so ein sehr antibiotischer Stoff. Den macht man sich im Spitzwegerich ja auch in gewisser Weise zunutze. Aber darin ist wohl extrem viel Aukobin. Also so viel, dass es ziemlich giftig ist, die Pflanze. Das ist mehr als man überhaupt haben möchte eigentlich. Aber angeblich wurde da früher wohl ein Sud draus gekocht, mit dem so Kopfläuse und sowas oder Läuse überhaupt bekämpft worden sind. Das ist also ein Erklärungsversuch. Der andere ist, dass Weidetiere, zum Beispiel Rinder und so, die dann wohl teilweise davon gegessen haben, so ein bisschen krank geworden sind und dann auch von Läusen befallen worden sind. Es ist wohl tatsächlich so, dass die Pflanze wohl sehr scharf und bitter und sehr unangenehm schmeckt schon. Und eigentlich meiden Weidetiere, die wohl, weil die schon wissen, so sollte ich nicht essen. Ist ziemlich giftig. Aber auf jeden Fall schön, hat uns jetzt hier richtig gefreut, sowas Tolles zu finden. Was gibt es Schöneres? Funde auf den zweiten Blick. Ja, wir sind jetzt hier nochmal in so einem kleinen Nadelwald unterwegs, da wo wir schon Mitte März Spitzmörcheln gefunden haben. Und was soll man sagen, jetzt gibt es immer noch Spitzmörcheln, an den gleichen Stellen mehr oder weniger. Und ja, wir sind hier gerade hergegangen, dachten uns, gucken wir mal, ob es hier noch was gibt. Haben hier alles an der Stelle abgelaufen, weil wir die schon kennen, eben von vor einem Monat. Haben nichts gefunden, sind ein paar Meter weggegangen, haben nochmal hingeguckt und plötzlich gesehen, ja Mensch, da steht doch alles voll. Ja, die Mörchen sind also super getarnt. Und hier haben wir richtig schöne jetzt immer noch. Also wie gesagt, das ist hier so ein Wald, der ist eigentlich sauer mit Fichten und Weißtannen. Aber die Wege sind geschottert mit einem basischen Gestein. Und an den Wegesrändern, an den Übergangsbereichen findet man jetzt wunderbare Spitzmörcheln. Immer noch. Aber es ist mittlerweile eigentlich noch schwieriger geworden als jetzt im März. Denn der Frühling hinterlässt seine Spuren. Die Gräser, die wachsen jetzt natürlich auch. Und das bedeutet dann so viel wie, naja, man kann sie noch schwieriger finden einfach. Weil die sind jetzt in den Gräsern hier versteckt, die kleinen Spitzmörcheln. Aber sie sind da. Man muss also nur richtig gut gucken. Wenn man Stellen hat, dann kann sich das auf jeden Fall immer noch lohnen. Hier gibt es wunderbare Spitzmörcheln. Nach wie vor. Und da greifen wir natürlich auch gerne zu. Also hier richtig schön. Und hier gibt es bestimmt noch mehr. Man muss hier einfach nur zweimal gucken, vielleicht auch dreimal. Vielleicht auch sogar 87 mal oder 395 mal. Man muss sehr sehr oft gucken und wirklich verzweifeln und dann wird es auch was. Wenn euch unser Natur-Content gefällt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert auch unseren Kanal mit Glocke. Sind wir noch am Leben? Sind wir vielleicht am Schlafen? Sind wir noch bei Verstand? Also nach mehrmaligem Zwicken haben wir auf jeden Fall schon mal rausgefunden, wir schlafen nicht. Leben tun wir wahrscheinlich auch noch. Zumindest haben wir so alle Vitalitätsmerkmale. Ja, der Verstand, den haben wir wahrscheinlich eh schon vor sehr langer Zeit verloren. Wenn wir den nicht schon längst verloren hätten, dann hätten wir ihn spätestens jetzt verloren. Weil hier, was wir hier gefunden haben, ist einfach unglaublich. Also hier gibt es Spitzmorcheln. Ja, aber was für welche. Also guckt euch mal das Teil hier an, was das für eine riesengroße Spitzmorchel ist. Ja, unglaublich. Also meine Hand ist jetzt nicht gerade klein, aber die ist halt tatsächlich so wie meine Hand bald. Und sie hat auch noch ein Zwillingsgeschwisterchen hier direkt nebendran. Ja, was nur unwesentlich kleiner ist. Das sind doch mal ordentliche Spitzmorcheln. Ja, wir haben jetzt auch ein bisschen den Standort gewechselt. Also wir waren jetzt eben noch in einem sauren Nadelwald unterwegs. Wir sind jetzt hier immer noch in einem Nadelwald. Allerdings sind wir jetzt hier auf Muschelkalk unterwegs. Also der Boden ist hier ausgesprochen basisch. Wir haben hier auch viele Kalkzeigerpflanzen hier und da. Und hier haben wir also so einen wunderbaren Spot gefunden mit Spitzmorcheln. Jetzt hier auch ein bisschen weiter jenseits des Weges wachsen, weil hier sind die ja jetzt nicht mehr so auf den Schotter angewiesen, auf den basischen, sondern hier ist ja alles basisch. Und hier ist es jetzt tatsächlich ein paar Meter im Unterholz drin, wo die wachsen. Also einfach nur fantastisch. Ja, wunderbar. Haben auch einen schönen Duft. Ja, so eine leichte Morchelnote und einfach herrlich. Also es ist wirklich als würde man träumen. Nur halt wahrscheinlich real. Oder etwa nicht? Wer nicht, schreibt es uns in die Kommentare. Vielleicht sind wir alle in einer Simulation gefangen. Seht ihr Morcheln? Na, seht ihr sie? Seht ihr sie? Ja, wir können sie euch auch mal zeigen. Hier sind nämlich noch mehr. Ja, und gar nicht so weit von den zwei Riesen entfernt. Und die sind auch gar nicht so klein hier. Ist jetzt hier ein bisschen mehr am Weg dran. Und ja, sehr interessant geformt hier auch, was wir hier haben. Also auch mal sowas hier. Ist aber auch eine Spitzenmorche. Oder hier eine Spitzenmorche, die ihrem Namen alle Ehre macht. Ja, die hat wirklich mal ein bisschen mehr einen spitzeren Hut. Auch sowas haben wir hier. Und hier sowas. Ja, die steckt so ein bisschen dazwischen drin. Von der Hutform her. Hier haben wir auch noch mal eine. Also richtig schöne hier. Und man kann jetzt hier auch noch mal sehen, wie unterschiedlich Spitzmorcheln teilweise aussehen können. Haben wir jetzt auch noch die von vorhin hier mit dabei. Die wir in dem sauren Nadelwald mit geschotterten Wegen. Da haben wir zum Beispiel sowas hier gefunden. Ja, die sieht eher so aus vom Hut. Dann haben wir hier eine gefunden. Die sieht eher so aus. Und dann haben wir natürlich die von jetzt, die eher so aussieht. Da sieht man schon, wie unterschiedlich Spitzmorcheln, also was man so unter Spitzmorcheln irgendwie zusammenfasst, wie das aussehen kann. Und da gibt es ja in der Taxonomie auch durchaus einige Möglichkeiten, die noch zu unterscheiden nach Art. Wir stecken da jetzt auch nicht so ganz tief da drin in dem Thema Morcheln jetzt so artspezifisch zu unterscheiden. Also zum Beispiel Spitzmorcheln so aufzuschlüsseln. Aber man sieht es hier, auch schon makroskopisch, können die schon sehr variabel sein. Und auch von der Größe hier ganz unterschiedlich. Also diese hier, die in der Mitte ist ja irgendwie nur so ein Viertel von der hier. Noch weniger eigentlich fast. Also sehr sehr spannend, sich das mal alles so zu Gemüte zu führen, wie das doch aussehen kann bei den Pilzen. Ich habe es mir hier mal ein bisschen im Moos gemütlich gemacht, denn wir haben hier was gefunden, was wirklich super besonders ist. Also was richtig, richtig selten ist. Nämlich diesen orangenen Pilz. Es handelt sich dabei um den leuchtenden Prachtbecherling. Und es ist eine absolute rote Liste Art, die also einfach extrem selten ist, aber an bestimmten Standorten unter bestimmten Bedingungen dann doch vorkommen kann. Ja, mit der ist es so ein bisschen wie mit Schaltjahren. Die kommt auch nicht jedes Jahr. Das ist auch schon mal ganz interessant. Also das ist eine Pilzart, die in manchen Jahren einfach ausbleibt und dann plötzlich nach ein paar Jahren wieder auftaucht, als wäre nichts gewesen. Also deren Fruchtkörper. Und die hat ganz spezielle Standortbedingungen. Die brauchen nämlich unbedingt Kalkboden. Und ja, wir sind gerade auf Muschelkalk. Und dann braucht sie auch noch idealerweise Weißtannen. Und hier haben wir jetzt beides gegeben. Und es ist auch jetzt hier ein Wald, der so ein bisschen hügelig ist. Und wir sind wie in so einer recht großen Mulde, wie in so einem Kessel drin, wo es also wesentlich feuchter ist, als an vielen anderen Stellen in dem Wald. Und auch das ist recht wichtig für diese Pilzart. Ja, die mag gerne so feuchte Gräben und sowas. Und da wächst sie jetzt. Und hier tatsächlich, man könnte fast sagen, als Massenpilz. Hier gibt es richtig viele davon. Viele sind auch noch recht klein. Denn ja, die Pilzart, die taucht so in der zweiten Aprilhälfte auf, wenn sie denn überhaupt auftaucht. Und man kann sie so bis Anfang Juni finden mit etwas Glück. Und ist eben eigentlich so eine klassische Gebirgspilzart auch. Da sind ja die Weißtannen eigentlich überhaupt auch nur heimisch und so. Deswegen passt es. Die gehört halt in solche Habitate rein, diese Art. Ja, wunderschön. Also von innen sieht man ja ein sehr leuchtendes, intensives Orange. Ja, das lässt also auf viele Carotinoide schließen, die da drin sind. Und von außen ist dieser Becher so ein bisschen gleich. Und ja, teilweise haben wir da Grüntöne und so olivgrün. Und hier jetzt tatsächlich so ein richtiges Blau. Wie so ein schöner, bunter Papagei, dieser Pilz. Einfach herrlich fürs Auge. Wunder, wunderschön. Natürlich nichts zum Sammeln. Ja, ist klar, ist halt so selten. Da sollte man die Finger von lassen. Die Essbarkeit ist auch absolut ungeklärt, weil er so selten ist. Ja, hat man damit nichts bisher jemals gemacht. Was ja natürlich schon ist, dieser Pilz, auch eine ganz gute Indikatorart für Morcheln. Ja genau, für die Spitzmorcheln eben. Denn die haben wir hier in relativ unmittelbarer Nähe auch finden können. Und die mögen genau die gleichen Standorte. Also es ist natürlich schon ein Riesenglück, wenn man diese Pilzart hier überhaupt finden kann. Aber wenn man sie dann mal findet tatsächlich, dann ist man in einem Wald, wo es möglicherweise irgendwo auch Morcheln geben könnte. Ja, Spitzmorcheln. Also die mögen schon ähnliche Standorte und tauchen auch zur gleichen Nahreszeit auf. Ganz praktisch. Also richtig schön. Und für uns auch ein Erstfund. Also wir haben es noch nie gefunden. Aber dass wir jetzt hier gleich so viele finden konnten, das hat uns natürlich nochmal richtig die Schuhe ausgezogen. Was nicht so optimal ist, wenn es im Kopf nach grauer Betonwüste aussieht. Wenn es aber so hier nach frischem Grün und sowas aussieht, das ist doch schon eher wünschenswert, oder? Könnt ihr so ein bisschen fördern das Ganze. Und zwar mit unserem Buch mittendrin im Draußen. Könnt ihr euch jetzt jederzeit holen und lesen. Und ihr könnt euch natürlich auch unseren Kalender holen. Und der hilft auch wunderbar gegen tristes Betongrau. Da kann man jede Wand mit verschönern. Wilde Wunder vor der Haustür. Unser Naturkalender für nächstes Jahr. So und dann, kleines Quiz, oder? Was haben wir denn eigentlich hier? Also was hat hier so schöne frische grüne Blätter bekommen? Schreibt es uns doch mal in die Kommentare, was das hier ist. Im nächsten Sammelvideo werden wir es dann auflösen. Und dann gibt es auch nochmal ein paar Empfehlungen. Ihr müsst ja jetzt im Anschluss auch noch was Schönes gucken. Nämlich entweder dieses Video hier sehr empfehlenswert oder genauso empfehlenswert dieses Video hier. Beide sind sehr, sehr gut. Und dann bis bald im Wald. Bis bald. Wir sehen uns beim nächsten Mal.